Willkommen zurück zu Watch Dogs Bad Blood, ich bin einfach hier Robo Wemga hat mir die Sachen gesammelt und ich wollte mal eben schauen Ja, haben wir die Fuchsjagd abgeschlossen, wie es scheint Dann haben wir hier noch was, Audiologs, die können wir dann mal irgendwo finden Ein Rad, das, 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 können wir mal schauen, vielleicht Darf wir das da machen Jut, dann haben wir hier, da Das sind ja ganz viele Dann machen wir mal eine Schnellreise eben und dahin und schauen uns das mal an So, Mad Mile Oh, kein Problem War ja meine Schuld, ne Feuerwehrauto, los, her damit Ich will das Gottverdammte Feuerwehrauto Man verzeiht sich so auf Ha, hat geklappt Einsteigen Bam Feuerwehrauto So, wir sind hier, wir wollen, nehmen wir erstmal den da Bisschen wir noch in die andere Richtung Aus dem Weg hört ihr das nicht, ich hab hier Sirenen an Ich bin Feuerwehrauto Wagen Nummer 41 Wahrscheinlich wie jedes andere Fahrzeug auch Ich hab die Autofahrzeug nicht auf Sirenen reagieren, ne Aber hiermit können wir locker die Autos wegpunchen Hallo, Sirene, Notfall Hops, da haben wir einen Zivilisten verletzt Hops, da haben wir noch einen verletzt Was soll's passiert Da gibt's uns das Da gibt's uns das Da gibt's uns das Äh, wir müssen anscheinend runter Entschuldige mal Was ist das denn für'n Kack Da war, äh, da war was Wo? Die da Müssen runter Können wir hier runter oder Probieren wir's einfach mal Ich kann hier nämlich auch rein Aber das war's wahrscheinlich auch, ne Was ist das denn hier für einer Türsteher Er steht hier nicht mal so an deiner Tür Ha 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 Äh, ne danke Ich bin jetzt grad nicht so auf Drogenaus Ich bin nicht im Drogenrausch Nehmen wir dich Ich muss hier unten runter Ich muss hier unten runter Ah, das ist doch schon mal Er ruft da noch Blumen an Blumenagenten Kopfgeld her Was gibt's? Ja, wie du gesagt hast, hier treibt sich ein Hacker rum Ich kann hier aber nicht fallen Damit sollte einer von euch ihn problemlos kriegen können Ach dann, wir haben das Kopfgeld erhöht und einen Auftrag ausgegeben Wir deaktivieren jetzt die Firewall des Ziels Aha Ich versuch doch nur das Ding hier zu finden Ich versuch doch nur das Ding hier zu finden Was ist der denn? Irgendwo da Ich muss, können wir durch das Café da hin? Ich weiß, das Café nicht das, was in die Tiefgarage führt Ach, schön, wirklich so Und schon sind wir fündig geworden Blut, Blut Blut Sieg beginnt mit einer Tragödie Irgendwem klemmt die Hose an der Ritze Ich hab mir von der Tragödie Anführungen erzählt Denn Dave's Und auf die hat's dieser Wichser wohl abgesehen Das ist irgendwo da oben Ok Oh nein, du sollst die Musik ausmachen Dann gucken wir mit den anderen Da sind ja nur zwei Da sind ja nur zwei Der ist da Hups Sorry Äh Was geht denn hier ab? Ok Er ist von DeadSec Da werde ich mal zuhören Können wir noch irgendwas machen? So Ja, da können wir einfach wieder rauskennen Alter, was war jetzt mit dem Lambo hier los? Ach, jemand trägt immer ein Spiel ein Ich glaube nicht, dass Ich glaube nicht, dass Ich weiß nicht, wer da war, ne? Der Lambo-Typ Hups Ja Ja, das hat fuckt immer ab Ich kann ja schon mal die Waffe ziehen Ich kann ja schon mal die Waffe ziehen Was ist dieser Gottverdammte Hacker? Ja Ich weiß, stimmt, ich hab wahrscheinlich auch total hemmlich an Ja Der Mann ist verwartet Ist nicht der, okay Ja, hier steht ja ein bisschen Auto In dem Auto saßen nicht keiner Mit deutsch jetzt weiß, oder? Ist doch einer da drin Na Ich könnte da mal versuchen, dass wir hier ein bisschen hinkreisen Ja Jetzt ist mir auch nicht wirklich Worte Was schauen wir hier rein Mensch, Mensch, Mensch Was ist er hier irgendwo? Die Ecke? Na Nicht der Ecke, nicht der Ecke Nicht der Ecke, nicht der Ecke Was ist denn hier? Ich weiß auch mal jetzt nicht, der ist unten drunter Aber das wäre jetzt natürlich mega scheiße Ah, der ist unter mir So ein Fuck Kann ich nichts machen Das konnte ich ja nicht ahnen Ah ne, der ist verloren Kann ich ja nicht ahnen, der Hacker Der Wichser Ja, ist gut Ich will das nicht sehen Was soll's Na gut, dann machen wir an der Stelle nochmal einen Cut Und wir machen gleich mit dem Sammeln weiter Bis gleich